Der Absteiger gegen den Aufsteiger. Der FC muss innen gastiert am 22. Spieltag der Bezirksliga Nord bei der Spielvereinigung Feldmoching. Ein wegweisendes Duell Richtung Aufstieg, denn beide Teams sind punktgleich mit 36 Zählern. Vertrauen kann der FC auf seine Defensive. Mit nur 20 Gegentreffern die beste der Liga. Dieses Abwehrbollwerk will Feldmoching heute brechen. Auch mit Hilfe von Maximilian Markert, dem beim 3-1-Hinspielerfolg ein Treffer gelang. Rein geht es in die Partie bei wunderschönem Herbstwetter. Muss innen diktiert von Anfang an. Langer Ball auf Lechner, doch Dörsch kann entschärfen. Die Feldmochinger nach dem hohen Pressing der Gäste mal mit einem Entlastungsangriff. Gut mitgenommen von Zahrari und Wolliab damit haarscharf an der Führung vorbei. Der FC aber klar spielbestimmt. Wieder über die starke linke Seite und in der Mitte. Wartet Werndl, doch der Schuss trifft maximal die Autos am Parkplatz. Muss innen immer noch am Drücker. Feldmoching kommt kaum aus der eigenen Hälfte. Immer wieder geht es über den linken Flügel. Zunächst geblockt, aber der Angriff nicht vorbei. Bartl mit der Flanke, der Torwart kann nur klatschen lassen und Jakob steht goldrichtig. Das verdiente 0 zu 1 in der 34. Minute durch den Mittelfeldspieler. Da wurde es ihm aber auch einfach gemacht. Schalecki und Dörsch sind sich uneinig. Der Keeper kann nur klatschen lassen vor die Füße von Jakob. Was kommt von Maxi Makat? Probiert es hier mal mit einem Gewaltfreistoß, Alan Aldo. Doch der Ball geht ein gutes Stück vorbei. Nach der Pause das gleiche Spiel. Der FC kombiniert sich nach vorne. Will den zweiten Treffer. Immer wieder über links. Die Flanke findet den Kopf von Lechner. Weiter rollt der Angriffszug auf das Tor der Gastgeber zu. Gut verlagert und am Ende steht da Bartl. Doch findet seinen Meister im gut reagierenden Dörsch. Hier mit Cap im Olli-Kahn-Look. Feldmoching kommt nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Guter Freistoßtrick. Doch wieder ist es Dörsch. Die anschließende Ecke. Die ist perfekt getreten. Auf den Kopf von Georg Ball. Da ist der zweite Treffer. Vollkommen verdient in der 66. Minute. Der Ex-Regionalliga-Kicker wird hier mustergültig bedient und wuchtet das Ding in die Maschen. Der Letztjahresabsteiger hat noch nicht genug. Feldmoching nun müde und so ergeben sich Räume. Schön durchgesteckt auf Lechner und der bleibt ganz cool. Das 0 zu 3, 13 Minuten vor Schluss durch den Top-Torschützen der Gäste. Sein elfter Saisontreffer umkurvt hier ganz locker den Torwart und macht den Deckel drauf. Dies ist dann die letzte Aktion in diesem Aufstiegsrennen. Mo Sinning bleibt somit an Eching und schweigt dran, darf weiterhin auf den Aufstieg hoffen. Feldmoching erhält einen herben Dämpfer, waren aber heute auch klar unterlegen. Bei uns am Mikrofon war nochmal der Trainer der Gäste, Christoph Ball. Nein, wie gesagt, die Glauben haben wir den Kampf vor Anfang angenommen, dass wir das Spiel das besser sind. Wir sind davon ausgegangen, haben wir dann auf Lauf der Spielsage gesehen. Aber es ist immer schwer. Das erste Spiel nach der langen Vorbereitung. Du musst schauen, dass du irgendwie die drei Punkte rüberholst und schlussendlich haben wir es verdient rübergeholt. Als nächstes müssen beide Teams gegen Abschiedskandidat Schwabing ran. Mo Sinning muss am Donnerstag zum Abendspiel. Feldmoching ist am Sonntag zu Gast. Freundlich ist am Los Letzten und Magde in Bayern. Wo Clint W. Mitarbeiter